Er geht unter Tränen. Jede Menge Empathie heute für eines der Gesichter im deutschen Fußball. Geschafft auch in der Pandemie gibt es leider Noten. Die Zeugnisse sind da, vor denen viele Angst hatten. Spektakulärer Juwelenraub. Die Diamanten in Millionenhöhe sind noch weg, aber heute beginnt zumindest der Prozess. Das sind nur drei unserer Themen. Hier ist WDR aktuell mit Katharin Vogel. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Einblicke in das Seelenleben eines echten Fußballstars, die gibt es selten. Ja, heute ist erst mal Wochenende. Dankeschön. Thomas, der war heute da, weil ich sie jetzt hier an Sven Plöger weitergebe. Der freut sich im Kölner Treff als Moderator. Krankheitsvertretung für Bettina Böttinger. Wir sind gespannt und wünschen ihm vom ganzen Team gute Unterhaltung da.